Aua, Morda! Morda, Aua! Könnten Sie mir vielleicht auch mal auf den anderen Views reden? Dann gleicht es sich, nimm es sich ein bisschen aus. Ob Mr. Beanstalk, welchen meinten Sie denn? Den rechten oder den linken? Den linken. Als ob Sie den Unterschied kennen würden. Für Sie ist das doch alles Frauenrecht. Ach ja, ich war in der Brüderinke. Den linken, den ich da, wo die aufgestreckte Hand mit abgestreckten Daumen ein L will. Meine Herrschaften, probieren Sie, mein Klon kann ausschränken, abgestreckt den L. Den L. Morda, Morda, Morda. Es ist wirklich super schön. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen.